Ui, 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 ui. Es ist immer interessant, wie man die... Ui, boah, das hab ich mal erschrocken, Alter. Bruder, wo kam der denn her? Tju, und da sind wir auch schon am Zoo. Der gute Zoo. Ach, ich bin hier unten, ich dachte, ich würde auf der Treppe abgesetzt, Alter. Ja, jetzt passt es. So, let's go. Die Neutralisierung von Emmeline Shaw hat oberste Priorität. Emmeline Shaw. Übernehmen Sie das Bahnsystem, um an Sie heranzukommen. Der Hauptangang wird zwar gut bewacht, aber es ist der einfachste Weg hinein. Sie werden nicht mit Ihnen rechnen. Ja, besser ist es. Sonst hauen die mich gleich alle ab, weil die alle wissen, dass ich so krass drauf bin. So, gibt's hier hinten noch was? Wer bist du denn? Ja. Ja, und hier gibt's, glaub ich, auch noch ein Trophäe. So, da waren die ersten Gegner. Ich renne trotzdem noch mal hier hinten rum. Wollte ich mir jetzt alles angucken. Nee, gibt's nix. So, noch ein Stück. So, los geht's. Action geladener Montag, wollte ich schon sagen. Action geladener Freitag. Es ist die Division. Es ist die Division. Noch jemand? Ach, da drüben. Ach, da von da kommen sie. So. Ich war doch gar nicht fertig. Jetzt so. So. Ähm, ja. Wir sind schon wieder Gegner, Alter. Ja, ich wusste es, Alter. Das würde ich eigentlich noch wegballern. Also, ich selber. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinballern soll, ey. Ist immer das Gleiche, ne? Oh. Nee, 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 nee. So, du brennst selbstständig. Junge, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Gut. Hier wollte ich mich nochmal umgucken. Ob hier irgendwas krasses noch rumliegt. Wollen wir mal schnell was ausprobieren. Na, egal. Egal. Ich hole mal, hier ist noch was. Aber das ist nichts außergewöhnliches. Muss man mal ein bisschen genießen hier, diesen Zoo, ne? Diesen Zoo. The Zoo. Hat man ja nicht alle Tage, dass man hier im Zoo ist. Hier ist schon wieder so ein Viech. Der verfolgt mich. Was willst du von mir, Junge? Der war... Wo war denn der noch, Alter? Auch in irgendeiner Mission war der drin. So, jetzt kann ich wenigstens wieder Zeug aufnehmen, nachdem ich das gespendet habe. Ich habe gestern... Habe ich mal so eine... Links angefangen hier. So eine... So ein Projekt. Und da konnte man ein bisschen was spinnen. Jetzt fehlt mir natürlich noch Wasser. Das heißt, ich muss jetzt möglichst viele... Sicherheitsschleusen deaktivieren. Ne. Ich muss jetzt möglichst viel Wasser finden. Und dann die Schleusen deaktivieren. guck trotzdem mal schon vorher. Was kommt denn hier, Alter? Hier kommt ein Zug lang. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. So. Dück, 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 dück. Ah, ja. Mama Tove. macht doch mal das tor auf so hier noch gegner da drüben wir sind das das drei die sind immer so die sind immer so krass unterwegs als ob die da nix kennen ja wir müssen mal ein bisschen chillen die überheblichkeit kommt nicht gut so mehr freundchen gelber schaut aus wie ein boss da ist ein kleiner boss die ausstellung so hieß die ausstellung wusste denn ich glotze erst mal noch ein bisschen auch guck mal ich kann wieder zeug einsammeln ist das geil junge drohne mach mal weg da also manchmal geht die mir echt auf den senkel die drohne durch dieses ja dass sie dann immer so rum rumwurschtelt so da muss ich wahrscheinlich lang ich gehe aber mal hier lang ein bisschen hier zu glotzen unbedingt wasser alter was das ganz wichtig ist ein klo meine katze aber das kann ich immer noch nicht auf sammeln sind irgendwelche elektrischen bauteile glaube ich die sind für mich immer noch gesperrt so hier gab es nichts mehr ja direkt im müll oder ist nicht müll gut dann mal hier noch kiste kiste mhm mhm ok hier ist ende gut am aquarium alter sieht ein bisschen aus ui sieht ein bisschen aus wie bei the last of us 2 ich will nicht zu viel verraten aber da gibt es auch ein aquarium aber ich glaube da sind keine fische drin so wie hier das ist da noch so ein tinten typ da mc tinte alter immer darunter sehen die auch direkt wenn eine drohne ist alter so so ein schuss und du bist hin noch jemand ohne noch jemand ohne fahrticket hier oh digga alter ich komme einfach nicht dazu also jedes mal wenn ich die killen will kommt mir irgendwas dazwischen so die haben wir hier sind noch ein paar quallen gut 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 warte mal ich muss mal die drohne weg machen die kommt schon wieder da geht es nicht weiter auch hier ein bisschen rein lunzen alter vorher bevor ich da jetzt mich dann auch nicht so wichtig auch nicht so wichtig oh auch nicht so wichtig okay ja ich bin employee ein bisschen Was ist denn das hier? Ein Bärengehege oder was? Ach ne, das sind irgendwelche Tiger oder so. Leinen. Löwe. Okay. Schon wieder irgendwas. Irgendwas hier. Irgendwas schmeißen die schon wieder. Ich seh die auch nicht, ne? Na gut. Machen wir die halt so fertig. Die werden schon aus ihren Löchern kommen. So, einer noch. Einer Yield noch. Oh, da ist noch einer. Jetzt hab ich das Ding schon weggemacht hier. Das war's. Drohne weg. Alles weg hier. Ich geh mal runter. Ein bisschen Zeug einsammeln hier. So, Zugriffspunkt finden. Ach so, hier ist erst das Löwengehege, oder? Ach ne. Ist die andere Seite. Okay. Hm. Wie komm ich hier wieder raus? Ja. Ja, das ist ja nicht original hier. Das haben die hier hingebaut hier. Ja. Ansonsten würden hier alles voller Löwen sein. So. Ja, dann müssen wir wohl andersrum. Äh, außenrum. Da guck, geht's nicht lang. Einfach hier mal rum so. Guck mal, hier nochmal lang. Guck mal, hier ist noch was. Keramik. Ja, Keramik brauch ich nicht. Ich brauch Wasser. Können wir mal mitnehmen. Das war nicht wirklich... Keine Ahnung. Brauch ich eigentlich nicht. Hä? Geht's auch nicht weiter. Wo muss ich denn lang? Da irgendwas abschießen, oder? Irgendwie hier durch? Weiß ich nicht. Ach, guck mal hier. Ah. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's gefunden. So. Ja. Ähm, ja. Also da oben wird mir ja ne Zahl angezeigt. Das heißt... Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ich glaub, ich bin dann eh richtig. Wir sind hier, um eine wichtige Frage zu queren. Mhm. Da hinten muss ich hin. Hier ist Horst Händler. Wir brauchen Leute. Alle, die in der Nähe der Savandenausstellung sind, sofort herkommen. Ähm... Geh zum Vogelhaus und sorg dafür, dass niemand durchkommt. Achso, hier bin ich... Hier bin ich reingekommen, oder? Ja. Wo sind denn die Gegner? Was ist denn da hinten irgendwo? Ja, dann hol die mal weg, da. So, hier müssen noch irgendwer hier sein. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Ich wusste doch, dass hier irgendwo was ist. Genau, Verstecken ist zwecklos. Das gilt für allen, für euch. Ihr kleinen... Ihr kleinen Maden, Alter. Warte mal. Na, zeig dich mal. Drohne regelt. Die Drohne regelt, Alter. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier? Hier irgendwas machen? Das ist ja auf jeden Fall dieser Bereich. Ah, ja. Ich brenne gleich durch. So. Verteidigen. Können wir machen. Alter, wo du das Zeug alles draufstehen kannst, das ist ja Wahnsinn, ey. Du kannst so viel Zeug hier benutzen. Die sind so los. Die sind so los, die Gegner, ey. Die schicken gar nichts. Ich seh den gar nicht. Soll'n der sein? Junge, komm mal ran hier. Oh, das ist doch nicht zu fassen, ey. Die kriegen einen Schuss ab und gehen dann wieder weg. Da gehen die sofort wieder... Entdeckung. Uh. Ich schmeiß da mal eine Granate rein. Ich weiß aber nicht, ob die reicht. Ähm, ja. Hä, wo sind die denn? Hä? Also manchmal, manchmal stehen die halt direkt neben dir. Aber manchmal sind die auch irgendwie... Er brennt. Ich weiß noch nicht warum. Ui. Ui. Okay. So. Emeleien. Äh. Killen. Heißt das Emeleien? Mal schauen. So. Ja. Da geht's nicht hoch. Muss ich... Ah doch, jetzt hier. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. War ich da schon mal? So, mal auf die Kiste hier. Das Tor öffnen. Alles verbarrikadiert. Lektus-Schließfach entdeckt. Nice. Wo ist denn das Schließfach? Ui. Guck mal, hier sind noch welche drin. Aber guck mal, da fragt man sich doch, wie können die denn überleben? Weil die brauchen ja eigentlich, brauchen die ja immer was zu futtern, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ja dauernd was bekommen. Soll ich jetzt da reingehen? Muss ich die Viecher killen, oder was? Sonst killen die mich. Die haben ja nur auf mich gewartet, Alter. Steht da einer? Wo sind die jetzt hin? Echow in der Nähe entdeckt. Müssen einfach abgehauen. Gut, die haben Schiss gehabt. Okay, da hängt einer. Aber den haben sie noch nicht geholt. Also, von dem her sind sie, glaube ich, gut genährt. So. Okay. Bereich sichern. Ja, wo soll ich denn hin? Moment. Kommen die da raus? Ja. Die kommen da raus. Das ist ein Digga. Bei dem weiß ich gar nicht, wo ich da raubschießen soll am Ersten. Okay, der ist hin. Da war auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Schon wieder einer. Uiuiui. Warte mal. Alter, zwei von denen. Wo kommen die denn immer her, Alter? Also, von da kommen sie auf jeden Fall nicht. Haben wir schon wieder geschafft. Puff, puff. Wolle ich denn doder Vogel? Können wir da noch irgendwas machen? Guuuut. Was haben wir denn hier noch so? Hm. Hm. Sie sind in Position. Hat jemand was gesehen? Sie sind in Position. Ja, ich bin in Position, Alter. Hey, bitte wiederholen. Hier ist nichts angekommen. Ist da jemand? Hallo? Shit. Nehmen wir mal mit. Was soll ich denn mit dem ganzen Keramik-Kram, Alter? Ich brauche... Ich brauche Wasser. Ich habe hier noch nicht einen Wasserautomaten gesehen. Wo muss ich hin? Muss ich da lang? Oder muss ich da lang? Was war denn das? Affen! Affen! Erinnert mich an Jumanji. So, ich muss da lang. Aber ich gehe mal erstmal andere Seite lang. An Jumanji, Alter. Als der Typ dann die Affen sieht, ey. Und die dann verjagt. So. Gucken wir doch erstmal hier hinten, ob hier noch irgendwas ist. Eventuell. Oh, hier sind irgendwelche andere Viecher drin. So, hier ist noch was. Danach habe ich gesucht. Gut. Na dann los. Hier geht es auch nochmal hoch. Oh, hier ist auch nichts. Dann gucken wir doch mal. Was da hinten so abgeht. Savana. Hier. Hier, guck mal. Guck mal, guck mal. Huch, war da schon wieder ein Affe? Junge. Da oben ist einer. Guck mal. Der Affe glotzt mir zu, ey. Der denkt sich auch so, Alter, was machst du denn hier? So, ich muss andere Seite eigentlich lang. Ich gehe hier nochmal hoch. Um zu schauen, ob hier noch was ist. Hä? Hä? Ich bin von da unten gekommen, oder? Aber was ist das denn jetzt hier? Hier kann man rein. Ist hier noch irgendwas versteckt? Irgendwo. Wasser. Die Tonnen sind auch Wasser. Ich dachte mal, das ist Metall oder so. So, ich bin gerade im Affengehege. Vielleicht sollte ich da mal raus. Hier ist noch ein Rucksack. Nahrung. Da haben wir noch was. Brandmunition. Okay. Gut. Ist okay. Dann gucken wir nochmal auf der rechten Seite. Poles. Poles? Was heißt Poles? Polar oder was? Ja, die Eisbären drin. Kann ich aber nicht lang. Oh, hier ist noch eine Tasche. Natash. Gut. Dann gehen wir mal zum Eingang vom Bird House. Vom Vogelhaus. Eingang Vogelhaus. Okay, okay, okay. War ich da schon? Hier war ich auch noch nicht, ne? Aber da ist auch noch hier, hier, was ist da drin? Nahrung und hier nochmal Wasser. Nice. 22 Stück. Kann ich dann später mal gucken. Kann ich später mal gucken, ähm, was ich damit so, äh, wie viel Wasser ich schon hab. Vielleicht kriege ich eine Aufgabe noch fertig. So. Da sind wir im Vogelhaus. Jetzt wird hier nochmal, wird hier nochmal richtig abgesahnt. Denk ich mal. Was haben wir denn hier für Vögel? Papageien. Da vorne sind Gegner. Ich bin natürlich wieder komplett einmal vorgerannt. Was man eventuell nicht hätte tun sollen. Ich bleib mal hier hinten. Treff ich den nicht? Verstecken sie sich immer zu gut. Guck mal, den, ich weiß nicht. Jetzt hab ich ihn einmal getroffen. Der hat eine Granade. Ne, Granade von Granade. Wo geht der denn hin, Alter? So. Ui, 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 ui. Es ist immer interessant, wie man die... Ui, boah, das hab ich mal erschrocken, Alter. Bruder, wo kam der denn her? Ich seh den nicht, ne? Ich seh den einfach nicht, Alter. Gut, dann holen wir uns... Hä? Wer oder was? Von wo? Ich wollte ja eigentlich weitergehen, aber... Das Problem ist, wenn ich keinen sehe. Ist doch doof. Ah. Ha, 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 ha. Ist ganz schön unübersichtlich hier. Also da hinten muss er irgendwo sein. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Hauen weg. Hauen weg. So. Wahnsinn, Alter. Also wo diese Selbstmörder immer herkommen. Tja. Da hinten muss noch irgendwie ein Geschütz sein, oder so. Das müssen wir nur noch treffen, ne? Das müssen wir nur noch treffen, Alter. Da hätte ich meine Drohne nicht, wäre hier komplett lost. Und er rennt immer hin und her wie so ein Bescheuerter. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Was für ein Ding? Ein Schienenbahn? Das ist ja noch ein Ding. Ich hab' mir gar nicht so etwas dran. Keine Ahnung, von was die reden. Selbstmörder. Achtung, Achtung. Mega unübersichtlich hier grad. Okay. Okay. Was hatten wir? Das noch mal mitnehmen da. So. 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 Das hätten wir. Oh, hier mal. Schön dunkel schon wieder. Okay. Das müsste es sein. Versuchen Sie Isaac mit der Schalltafel zu koppeln. Und wo soll hier die Einschienenbahn sein? Das Ding da? Keine Ahnung. Irgendwas soll hier passieren. Einschienenbahn betreten. Mhm. Hat wahrscheinlich nur eine Schiene, das Teil. Viermal Wasser gibt's da nur. Leck mich doch. Das ist der erste Automat, den ich jetzt wirklich da mal ähm, sehe. Okay. Nahrung. So, na dann, äh. Interessant. Das ist auch sehr interessant. Bist schon wieder aufgestiegen hier. So, da kommt auch schon die Bahn. Ich warte mal kurz. Ja, da kommen natürlich Gegner raus. Eh klar. Harsch. 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 Sei nicht so harsch zu dir selbst. Ist das ein Flamer, oder was? Sieht ja beinahe so aus. The Flamer Boy. Tschüss. So. Flamer Boy ist down. Guck mal, hier nochmal ein bisschen rum. Ich brauche mich noch Wasser. Oh, da. Guck mal, hier steht so viel Zeug, Alter. Für Konserven. Titan. In so einer Tasche ist einfach mal Titan drin, Alter. Einfach so. Huch. Was war das denn? Was ist denn da oben gefallen? So, ich muss zu der Bahn, aber hier ist noch so ein Riesengelände. Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Weil eventuellerweise ist ja da irgendwas Nices dabei. Hier irgendwo in der Ecke. Irgendwas Verstecktes, Sammelbares. Guck mal, hier kann man auch rüber. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Das hier eventuell irgendwas noch. Hier, der Eisbär. Mit einer Banjo. Mit einer Banjo-Gitarre. Hier ist nichts. Hätten ja mal irgendwas. Hier ist was, aber... Keine Ahnung, ich glaube. Habe wir irgendwas verstecken können hier. Ein paar Easter Eggs verstecken. Elektronisches Gerät erkalt. So, hier ist zum Beispiel was. Wo ist es? Hier. Wo ist meine Tochter? Ma'am, treten Sie vom Zaun zurück. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Bitte. Wie heißt sie? Shaw. Savannah, Shaw. Shaw? Sie ist in der Leichenhalle. Nein. Sie ist in der Leichenhalle. Es tut mir leid. Wirklich. Wir wissen, wie sie aussieht. Wir wissen, wo sie herkommt. Ich glaube, die Alte... Die Alte ist hier... Ähm... Diese... Die Bossin. So, na, dann gehen wir mal in die Kiste rein dann. Und gucken wir mal, wo wir hinfahren. Jo. Sprengt den Tunnel. Oh, oh. Haben sie natürlich schon alles vorbereitet, ne? Okay, dokey. Scheiße. Die wollten nichts dem Zufall überlassen. Aber sie sind an den Barrikaden vorbei. Den Rest schaffen sie auch zu Fuß. Hier bin ich. Hier bin ich. Okay. Vorsicht, die Drohne drum kümmern. Wieso brenne ich denn schon wieder? Der ist down. Der ist down. Okay. Flamer. Okay, den haben wir auch. All right. Uh. 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 Sehr gut. Also. Notiz an mich merken. Wenn da so eine Tonne ist, dann ist da meistens Wasser drin. Ich muss mich mal irgendwo hier einkampen, Alter. Zeigt ihnen, dass wir keine Angst haben. Lasst sie zittern. Hä? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ist das einer? Und da ist noch einer. Ja, ich treffe wirklich nicht. Meine Drohne trifft perfekt. Oh, jetzt treffe ich auch. So. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um hier. Vielleicht gibt es hier noch mal ein bisschen Wasser oder so ein Kram. Vielleicht erweicht doch eben schon, oder? Hier war ich schon. Hier gibt es nix. Bin dann. Titan. Mal wieder. Titanium. So. So. Müssen wir eigentlich bald beim, beim Finale sein, oder? Ich renne hier schon relativ lange rum. Warte, ihr Bild hier noch. Ob da irgendjemand so eine Kiste entstellt, ey. Yo. Yo, yo, yo. So. Oh, 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 oh. Yo. So. Okay, da sind die Gegner. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich mich am besten platziere. Schon wie so ein Selbstmörder. Okay. Alter. Die melden sich freiwillig, Alter. Zum. Explodieren. So, jetzt muss ich die Orten, die alte. Hier muss doch noch irgendwo was versteckt sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist, Alter. Da ist ne Tasche. Kann man da hoch? Nee. Okay, 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 okay. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Einen Rucksack. Da geht's noch hoch. Was haben wir denn da? Keramik. Ja. Keramik, Alter. Ich hab so viel Keramik. Was will er denn, Alter? Sind wir schon am Ziel, oder wie? Noch ne Drohne? Wieso? Ich hab da nur eine. So. Immer noch nicht fertig. Ja, leck mich doch. Warte mal. Kann ich die nicht so mitnehmen? Oh, komm ich nicht mehr ran. Hat er ganz komisch hingestellt. Ich mach mich halt immer noch ein bisschen um, ob's hier noch irgendwas zum Sammeln gibt. Irgendein Sammel... Irgendein Sammelding. Könnte man ja eventuell noch gebrauchen. Okay. Okay. Und hier nochmal. Ist natürlich die falsche Richtung. Das weiß ich natürlich. Aber... Ich will hier nochmal gucken. Ob's hier hinten noch irgendwas gibt. Keramik! Wer hätt's gedacht? Da kann man nicht rüber? Doch, kann man. Komm rein. Abgefahren, Alter. Aber dass hier irgendwas ist... Irgend so ein... Keine Ahnung. Licht... Lichtding. Hier, guck mal. Hier ist noch was. Aber ist auch nicht wirklich geil, ne? Was man da so findet. Ist auch nicht wirklich geil. So. Titan. Und elektronische Bauteile, oder was das war? Aber kann ich eh nicht mitnehmen. Naja. Hier ist sonst nix weiter. Gut. Let's go. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Was die gute von uns will. Die gute, gute. Tragbares Gerät erkannt. Tragbares Gerät. Aha. Aha. Über mir. Wo soll das denn sein? Da oben, oder was? Also das werde ich nie verstehen, wie das hier irgendwie zusammenhängt. Wie man da rankommen soll. Weil angeblich ist es über mir. Ne? Der Pfeil geht nach oben. Da oben ist es. Ich hab's gesehen. Aber wie kommt man denn da hin? Da komm ich doch gar nicht hin, oder? Mit welchem Trick komm ich denn da hoch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht später. Vielleicht später. So. Halte die Stellung! Lass sie nicht durch! Der Emily! Äh, ja. Ich töte dich, wenn ich mich traue. Scheint da oben zu sein. Komm ich gar nicht hin, Alter. Ich sneak mich jetzt mal hier so lang. Muss ja irgendwie mal gucken. Da noch andere Gegner? Ja. Ja. Gut, holen wir die anderen erstmal weg. Die Schütze kann ich ja stehen lassen. Ja, sie trifft auch jeden... Jeder Schuss ist ein Treffer bei ihr. Jeder Schuss ist ein Treffer. Das ist auch... Quatsch. Kann mich gar nicht sehen. Kann mich gar nicht sehen, aber trotzdem trifft sie mich. Uiuiuiuiui. Okay. Guck mal, wenn sie mich jetzt treffen würde, dann würde ich sagen... Okay, Alter, du hast echt... C4-Platzchen. Ach, mit C4 soll ich die, Alter, killen? Ach so! Ach so! Uiuiuiui, Bruder! Warte mal. Sprengstoff ran. Let's go. Hä? Die ist weggefahren, Alter. Ist einfach abgehauen. So, jetzt können wir noch mal gucken. In dem... Tragbaren Gerät. Da ist es. Let's go. Haben wir noch irgendwo Rizinen? Probleme beim Einschlafen? Es geht schon. Okay. Ich besorge Ihnen etwas. Versprochen. Polarbär. So. Ähm... Ja? Da bewegt sich irgendwas? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ach, nochmal C4 holen. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Oh. Hä? Wer killt denn da wen? Ach so, das ist die Drohne. Okay. Das hat mir schon... Kriegen sie sich jetzt gegenseitig? Macht doch gar keinen Sinn! Alter. Junge, chill mal. So, jetzt ist meine Chance, da hin zu ran. Vorher ist ein bisschen doof. Ich will sehen. Ich will sehen, wie es explodiert. Wo ist es? Bereich sichern. Okay. Alter, ich sehe hier gar nichts, ey. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter vor. Vielleicht sehe ich dann was. Irgendwann noch nicht. Ach, die alte ist ja auch noch da. Ja, moin. Oh, 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 oh. Bruder, Bruder, Bruder. Ach, Dreck. Ach, Dreck. Was machst du denn her, Alter? Ich habe gar nicht gesehen. Ach, noch ein C4 Hier muss irgendwo einer sein So, jetzt ist meine Gelegenheit Das C4 zu holen Wenn er sich mal ein bisschen beeilen würde Hinter mir Da sind noch ein paar Okay, ich warte kurz, bis die fertig ist mit Ballern So, jetzt So Immer noch Bereich sichern Da kommen sie wieder Schon wieder C4 aufnehmen Wo ist es diesmal? Hier Oh Gott Gott, oh Gott war das gerade laut, ey Ich dachte, die steht neben mir Töte mich, wenn du dich traust Okay, ich trau mich Let's go Let's go, let's go, let's go Guck mal So, jetzt die alle noch töten Machen wir mal kurz hier einen Ausreißer Große Da drüben Junge Die kommen ja immer aus irgendwelchen Türen raus Wenn ich wenigstens sehen würde, wo sie ist Da ist sie Und schon vorbei So, Bereich sichern Junge, das hat sich gar nicht gelohnt für die Alte Hä, sind da immer noch welche? Zwei Einer Immer noch einer So Ecke untersuchen Oder Echo Na dann gucken wir mal Dann gucken wir mal, was hier passiert ist Oh, hier ist irgendwie Irgendwie ein Schrein oder so Okay Das war's Profil bekommen Okay Das war's Ja Das ist okay Das ist das Beste Beste, der Beste, der Beste, der Beste Okay Ohne ihre Führung Werden sie sich irgendwann zerstreuen Was für eine Verschwendung